Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin Sarah und zusammen schauen wir uns heute das Thema des multilateralen Interessenausgleichs nach dem 30-jährigen Kriegs an. Viel Spaß beim Video. Zuvor noch der Überblick über das heutige Video. Wie immer gibt es diesen natürlich auch als Timestamps in der Videobeschreibung. Zunächst soll es um den allgemeinen Überblick zum Thema gehen. Danach gehen wir auf die Bedeutung des Friedens ein. Außerdem wollen wir uns die westfälischen Umstände genau anschauen. Und nun? Los geht's! Die Friedensverhandlungen in Münster und Osnabrück stellten einen zentralen Wendepunkt in der europäischen Geschichte dar und markierten das Ende des 30-jährigen Krieges. Diese Verhandlungen, die von 1644 bis 1648 andauerten, waren in vielerlei Hinsicht einzigartig und prägend für die Entwicklung der modernen Diplomatie und des Völkerrechts. Sie fanden parallel in zwei Städten statt, Münster und Osnabrück, was die komplexe religiöse und politische Lage Europas widerspiegelte. In Münster trafen sich die katholischen Parteien, während in Osnabrück die protestantischen Vertreter verhandelten. Diese doppelte Verhandlungsstruktur war notwendig, um die tiefen konfessionellen Gräben zu überbrücken, die Europa seit Jahrzehnten gespalten hatten. Die Verhandlungen begannen unter schwierigsten Bedingungen. Der Krieg hatte große Teile Europas verwüstet, Millionen von Menschenleben gefordert und zu erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen geführt. Die Notwendigkeit eines Friedens war für alle Beteiligten offensichtlich, doch der Weg dorthin war lang und steinig. Wichtige Akteure in den Verhandlungen waren Frankreich, Schweden und das Heilige Römische Reich. Frankreich, vertreten durch Kardinal Mazarin, strebte danach, die Habsburger zu schwächen und seine eigene Machtposition in Europa zu stärken. Schweden, angeführt von Königin Christina und ihrem Kanzler Axel Ochsenstierner, wollte seinen Einfluss in Norddeutschland sichern und territorialen Zugewinne erzielen. Das Heilige Römische Reich, repräsentiert durch Kaiser Ferdinand de Danzete, kämpfte darum, seine Position und die Einheit des Reiches zu bewahren. Ein wesentlicher Aspekt der Verhandlungen war die Rolle der Vermittler. Die Niederlande und die Schweiz, die selbst erhebliche Interessen an einem stabilen und friedlichen Europa hatten, fungierten als neutrale Vermittler und trugen wesentlich zur Strukturierung und Durchführung der Verhandlungen bei. Diese Vermittlerrolle war entscheidend, um das Vertrauen zwischen den zerstrittenen Parteien zu fördern und Fortschritte zu ermöglichen. Die Komplexität der Verhandlungen wurde durch die Vielzahl der beteiligten Akteure und ihre unterschiedlichen Ziele noch verstärkt. Neben den Großmächten hatten auch zahlreiche kleinere Staaten- und Fürstentümerinteressen, die berücksichtigt werden mussten. Dies machte die Verhandlungen zu einem wahren Balanceakt, bei dem die Interessen vieler Beteiligter in Einklang gebracht werden mussten. Ein zentrales Ergebnis der Verhandlungen war die territoriale Neuordnung Europas. Die Souveränität der Fürsten im Heiligen Römischen Reich wurde gestärkt, was zu einer Dezentralisierung und Schwächung der kaiserlichen Macht führte. Die Unabhängigkeit der Niederlande und der Schweiz wurde offiziell anerkannt, was bedeutende politische Veränderungen in diesen Regionen zur Folge hatte. Schweden erhielt territoriale Zugewinne in Pommern, Bremen und Werden, während Frankreich Teile des Elsass und Lothringens zugesprochen wurden. Diese territorialen Veränderungen trugen dazu bei, die Machtbalance in Europa neu zu gestalten und den Einfluss der Habsburger zu begrenzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Verhandlungen waren die religiösen Kompromisse, die im westfälischen Frieden festgeschrieben wurden. Der Augsburger Religionsfrieden von 1555 wurde bestätigt und erweitert, um auch die Rechte der Kalvinisten anzuerkennen. Dies war ein bedeutender Schritt zur Sicherung der religiösen Freiheit in Europa und zur Beendigung der konfessionellen Konflikte, die den Dreißigjährigen Krieg maßgeblich geprägt hatten. Die Regelungen zur kirchlichen Restitution schufen klare Grenzen für kirchliches Eigentum und konfessionelle Zugehörigkeiten, was zu einer Stabilisierung der Verhältnisse beitrug. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Friedensschlusses waren ebenfalls erheblich. Der Wiederaufbau nach dem Krieg stellte eine enorme Herausforderung dar, die jedoch auch Chancen für wirtschaftliche Erneuerung und Wachstum bot. Der Frieden erleichterte den Handel und die Wirtschaftsbeziehungen in Europa, was zur Stabilisierung und zum Aufschwung vieler Regionen beitrug. Trotz der erheblichen Belastungen durch die Kriegsfolgen wie Schulden und Zerstörungen ermöglichte der Friedensschluss eine schrittweise wirtschaftliche Erholung. Langfristig führte der westfälische Frieden zu bedeutenden politischen Veränderungen in Europa. Das moderne Staatensystem begann sich herauszubilden, wobei Souveränität und territoriale Integrität zu zentralen Prinzipien wurden. Die Macht des Kaisers im Heiligen Römischen Reich wurde weiter geschwächt, während die Reichsfürsten an Einfluss gewannen. Frankreich und Schweden stiegen als neue Großmächte auf, was die politische Landschaft Europas nachhaltig veränderte. Die Institutionalisierung der Diplomatie wurde durch den westfälischen Frieden ebenfalls vorangetrieben. Dauerhafte diplomatische Vertretungen und Verhandlungen wurden zunehmend zur Norm, was zur Entwicklung moderner diplomatischer Praktiken beitrug. Ein oft übersehener Aspekt der Verhandlungen war die Einbeziehung kleinerer Staaten und Fürstentümer. Diese hatten nun die Möglichkeit, ihre Interessen auf der großen Bühne der internationalen Diplomatie zu vertreten. Die Gleichberechtigung der Reichsstände und die Sicherheit und Autonomie kleinerer Einheiten im Reich wurden gestärkt. Dies trug zur politischen Stabilität und zum Schutz der kleineren Akteure bei. Regionale Bündnisse und Allianzen wurden zu wichtigen Instrumenten, um die Interessen dieser kleineren Staaten zu wahren und ihre Position in der europäischen Politik zu festigen. Die Bedeutung des westfälischen Friedens für das Völkerrecht kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das Prinzip der Souveränität, die Unabhängigkeit und Gleichheit aller Staaten wurde als Grundprinzip des Völkerrechts etabliert. Der westfälische Frieden legte den Grundstein für die Entwicklung internationaler Normen und Regelungen, die bis heute von Bedeutung sind. Präzedenzfälle für die Beilegung von Konflikten durch multilaterale Verhandlungen und Verträge wurden geschaffen, was die Grundlage für zukünftige internationale Friedensbemühungen und Diplomatie bildete. Die Prinzipien und Mechanismen, die während der Verhandlungen in Münster und Osnabrück entwickelt wurden, prägen noch immer die internationale Ordnung und das Völkerrecht. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Geschichte. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20 Prozent mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Die Rolle der Großmächte bei der Friedensfindung nach dem Dreißigjährigen Krieg war von entscheidender Bedeutung für den Verlauf und das Ergebnis der Verhandlungen. Der Krieg, der von 1618 bis 1648 tobte, hatte Europa in Schutt und Asche gelegt und ein tiefes Machtvakuum hinterlassen, dass es zu füllen galt. In diesem Kontext traten die Großmächte Frankreich, Schweden und das Heilige Römische Reich als Hauptakteure auf, deren Interessen und Strategien die Friedensverhandlungen maßgeblich prägten. Frankreich spielte eine zentrale Rolle bei den Verhandlungen. Unter der Führung von Kardinal Mazarin verfolgte Frankreich das Ziel, die Habsburger, die sowohl das Heilige Römische Reich als auch Spanien beherrschten, zu schwächen und die eigene Machtstellung in Europa auszubauen. Mazarin war ein geschickter Diplomat, der die Verhandlungen in Münster nutzte, um Frankreichs Position zu stärken. Frankreich strebte territoriale Gewinne an, insbesondere im Elsass, und wollte sicherstellen, dass die Habsburger nicht wieder zur dominierenden Macht in Europa aufsteigen konnten. Diese Strategie führte zu intensiven Verhandlungen und Kompromissen, die letztlich zur Schwächung der Habsburgischen Macht beitrugen. Schweden war eine weitere Schlüsselgroßmacht in den Friedensverhandlungen. Unter der Regentschaft von Königin Christina und ihrem Kanzler Axel Ochsenstierner verfolgte Schweden eine Doppelstrategie. Einerseits wollte es seine territoriale Präsenz in Norddeutschland ausbauen, andererseits suchte es nach langfristigen politischen und wirtschaftlichen Vorteilen. Schweden strebte nach Gebietsgewinnen, insbesondere in Pommern, Bremen und Werden, die seine Kontrolle über die Ostsee stärken und seine Handelsrouten sichern sollten. Darüber hinaus suchte Schweden nach einer nachhaltigen Friedenslösung, die seine politischen und wirtschaftlichen Interessen in der Region langfristig sichern würde. Diese Ziele führten zu hartnäckigen Verhandlungen, bei denen Schweden geschickt seine militärische Stärke und diplomatischen Fähigkeiten ausspielte. Das Heilige Römische Reich, repräsentiert durch Kaiser Ferdinand III., war der dritte große Akteur in den Verhandlungen. Der Kaiser kämpfte darum, die Einheit und Integrität des Reiches zu bewahren und gleichzeitig seine eigene Macht zu stärken. Ferdinand III. stand vor der Herausforderung, die vielen verschiedenen Interessen der Reichsstände zu koordinieren, die sowohl konfessionell als auch politisch stark divergierten. Die Verhandlungen in Osnabrück und Münster boten ihm die Möglichkeit, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Kräften im Reich zu finden und eine neue Machtbalance zu etablieren. Obwohl er bereit war, gewisse territoriale und politische Zugeständnisse zu machen, um den Frieden zu sichern, war sein Hauptziel, die Autorität des Kaisers zu erhalten und die habsburgische Kontrolle über das Reich so weit wie möglich zu sichern. Neben diesen drei Hauptakteuren spielten auch andere europäische Mächte eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen. Spanien, das ebenfalls von den Habsburgern regiert wurde, war tief in den Krieg verwickelt und suchte nach einer Möglichkeit, sich aus dem langwierigen und kostspieligen Konflikt zu befreien. Die Republik der Vereinigten Niederlande, die sich gerade erst von Spanien unabhängig gemacht hatte, war ebenfalls stark an den Verhandlungen beteiligt. Ihre Hauptziele waren die Sicherung ihrer Unabhängigkeit und die Förderung ihrer Handelsinteressen. England, das zu dieser Zeit unter der Herrschaft von Carl de Ayssen und später unter dem Protektorat von Oliver Cromwell stand, verfolgte eine Politik der vorsichtigen Beobachtung und gelegentlichen Intervention, um seine eigenen Interessen in Europa zu wahren. Die Verhandlungen selbst waren ein komplexer Prozess, der von der Notwendigkeit geprägt war, eine Vielzahl von Interessen und Machtansprüchen in Einklang zu bringen. Die Großmächte mussten lernen, Kompromisse zu schließen und ihre eigenen Ziele mit den Realitäten eines kriegsgeschwächten Europas in Einklang zu bringen. Dies erforderte geschickte Diplomatie und das Vermögen, langfristige Strategien zu entwickeln, die über den unmittelbaren Kriegsgewinn hinausgingen. Die Rolle der Großmächte in diesen Verhandlungen war daher nicht nur von ihren militärischen und politischen Zielen bestimmt, sondern auch von ihrer Fähigkeit, in einem sich schnell verändernden internationalen Umfeld zu agieren. Ein bemerkenswerter Aspekt der Verhandlungen war die Bereitschaft der Großmächte, neue Formen der Diplomatie und Konfliktlösung zu akzeptieren. Der westfälische Frieden markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der internationalen Beziehungen, da er den Grundstein für das moderne System souveräner Staaten legte. Die Prinzipien der territorialen Integrität und der staatlichen Souveränität, die während der Verhandlungen entwickelt wurden, bildeten die Grundlage für das spätere europäische Staatensystem und das Völkerrecht. Die Großmächte erkannten, dass nachhaltiger Frieden nur durch gegenseitigen Respekt und Anerkennung der legitimen Interessen aller beteiligten Parteien erreicht werden konnte. Die Rolle der Großmächte bei der Friedensfindung nach dem Dreißigjährigen Krieg war daher sowohl komplex als auch entscheidend. Ihre Fähigkeit, über kurzfristige militärische Gewinne hinauszudenken und langfristige diplomatische Lösungen zu suchen, trug maßgeblich zur Schaffung eines stabileren und friedlicheren Europas bei. Die Verhandlungen in Münster und Osnabrück waren nicht nur ein Ende des Krieges, sondern auch der Beginn einer neuen Ära der internationalen Zusammenarbeit und des Friedens in Europa. Diese Verhandlungen und ihre Ergebnisse hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die europäische Geschichte und legten den Grundstein für das moderne System internationaler Beziehungen. Die territoriale Neuordnung Europas nach dem Dreißigjährigen Krieg war ein komplexer und entscheidender Prozess, der durch die Verhandlungen zum westfälischen Frieden im Jahr 1681 festgelegt wurde. Diese Neuordnung veränderte die politische Landkarte Europas grundlegend und legte die Grundlage für die moderne Staatensystem. Im Mittelpunkt dieser Umstrukturierung standen die Bemühungen, eine dauerhafte Machtbalance zu schaffen und die Interessen der beteiligten Großmächte sowie der kleineren Staaten und Fürstentümer zu berücksichtigen. Ein bedeutender Aspekt der territorialen Neuordnung war die Anerkennung der Souveränität der Fürsten im Heiligen Römischen Reich. Vor dem westfälischen Frieden war das Reich ein loserer Verbund von Territorien unter der nominellen Autorität des Kaisers. Der Krieg hatte jedoch gezeigt, dass die zentrale Autorität des Kaisers stark begrenzt war. Mit dem westfälischen Frieden wurde die Souveränität der Reichsfürsten offiziell anerkannt, was ihnen eine weitgehende Autonomie in ihren Territorien gewährte. Dies führte zu einer Dezentralisierung der Macht und einer Stärkung der lokalen Herrschaften, während die zentrale Macht des Kaisers geschwächt wurde. Eine der signifikantesten territorialen Veränderungen betraf die Unabhängigkeit der Niederlande und der Schweiz. Die Republik der Vereinigten Niederlande hatte sich bereits im Laufe des 80-jährigen Krieges von der spanischen Herrschaft gelöst und ihre Unabhängigkeit erkämpft. Diese Unabhängigkeit wurde nun offiziell anerkannt, was die Position der Niederlande als aufstrebende Handels- und Seemacht festigte. Ebenso wurde die Unabhängigkeit der schweizerischen Eidgenossenschaft anerkannt, die sich während des Krieges faktisch von der habsburgischen Kontrolle gelöst hatte. Diese Anerkennung schuf stabile politische Rahmenbedingungen für beide Länder und ermöglichte ihnen, ihre Position in Europa weiter auszubauen. Schweden, ein weiterer wichtiger Akteur im Dreißigjährigen Krieg, erhielt bedeutende territoriale Zugeständnisse. Durch den westfälischen Frieden wurden Schweden Gebiete in Norddeutschland zugesprochen, darunter Teile von Pommern, Bremen und Werden. Diese Gebietsgewinne stärkten Schwedens Kontrolle über die Ostsee und verbesserten seine strategische und wirtschaftliche Position in der Region. Schweden wurde somit zu einer bedeutenden europäischen Großmacht mit erheblichem Einfluss auf die politische Entwicklung in Nord- und Mitteleuropa. Frankreich profitierte ebenfalls erheblich von der territorialen Neuordnung. Im Rahmen des westfälischen Friedens erlangte Frankreich die Kontrolle über Teile des Elsass und Lothringens. Diese Gebietsgewinne stärkten die westlichen Grenzen Frankreichs und minderten die Bedrohung durch das Heilige Römische Reich und die Habsburger. Frankreichs territoriale Expansion trug zur Konsolidierung seiner Macht und zur Sicherung seiner Stellung als führende europäische Großmacht bei. Diese Expansion hatte auch langfristige Auswirkungen auf die politische Landschaft Europas, da sie das Machtgleichgewicht zugunsten Frankreichs verschob. Die Neuordnung des Heiligen Römischen Reiches beinhaltete nicht nur territoriale Veränderungen, sondern auch eine Neudefinition der Machtverhältnisse innerhalb des Reiches. Der Westfälische Frieden legte fest, dass die Entscheidungen im Reich künftig durch Konsens der Reichsstände getroffen werden mussten. Dies bedeutete eine Stärkung der Mitbestimmungsrechte der Fürsten und anderer Reichsstände gegenüber dem Kaiser. Die Reichsstände erhielten das Recht, Bündnisse zu schließen und Verträge abzuschließen, was ihre politische und diplomatische Handlungsfähigkeit erheblich erweiterte. Die territorialen und politischen Veränderungen hatten auch tiefgräfende Auswirkungen auf die kleineren Staaten und Fürstentümer Europas, viele dieser kleineren Einheiten erhielten eine formelle Anerkennung ihrer Rechte und ihrer politischen Autonomie. Dies stärkte ihre Position innerhalb des europäischen Staatensystems und ermöglichte ihnen, ihre Interessen auf der internationalen Bühne wirksam zu vertreten. Die Anerkennung der Souveränität und Unabhängigkeit kleinerer Staaten trug zur Schaffung eines stabileren und vielfältigeren politischen Gefüges in Europa bei. Die Neuordnung Europas führte auch zu neuen Herausforderungen und Konflikten. Die territorialen Verschiebungen schufen neue Spannungsfelder und Rivalitäten zwischen den europäischen Mächten. Insbesondere die Ambitionen Frankreichs und Schwedens führten in den folgenden Jahrzehnten zu weiteren militärischen Auseinandersetzungen und politischen Konflikten. Dennoch schuf die Neuordnung auch die Grundlage für eine Periode relativer Stabilität und friedlicher Koexistenz in Europa. Die Auswirkungen der territorialen Neuordnung nach dem Dreißigjährigen Krieg waren tiefgreifend und nachhaltig. Sie legte die Grundlage für das moderne europäische Staatensystem und prägte die politische und territoriale Struktur Europas für Jahrhunderte. Die Anerkennung der Souveränität der Fürsten und der Unabhängigkeit der Niederlande und der Schweiz, die territorialen Gewinne Schwedens und Frankreichs sowie die Stärkung der Rechte der Reichsstände im Heiligen Römischen Reich waren zentrale Elemente dieser Neuordnung. Diese Veränderungen schufen ein neues Machtgleichgewicht in Europa und ermöglichten die Entwicklung eines stabileren und kooperativeren internationalen Systems. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des westfälischen Friedens waren tiefgreifend und vielschichtig. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1648 stand Europa vor der enormen Aufgabe, sich von den verheerenden Folgen des Krieges zu erholen. Der Frieden brachte nicht nur eine politische Neuordnung, sondern auch die Notwendigkeit, wirtschaftliche Stabilität und Wachstum wiederherzustellen. Die Zerstörungen, die der Krieg angerichtet hatte, betrafen fast alle Aspekte des wirtschaftlichen Lebens und erforderten umfassende Maßnahmen zur Wiederherstellung und zum Wiederaufbau. Der Wiederaufbau nach dem Krieg war eine gewaltige Herausforderung. Große Teile Europas waren verwüstet, Städte und Dörfer lagen in Trümmern und die landwirtschaftliche Produktion war stark beeinträchtigt. Die unmittelbare Aufgabe bestand darin, die Infrastruktur wiederherzustellen, zerstörte Gebäude zu reparieren und die landwirtschaftliche Produktion zu revitalisieren. Dies erforderte erhebliche Investitionen und die Mobilisierung von Ressourcen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Die Wiederherstellung der Infrastruktur war von zentraler Bedeutung, da funktionierende Verkehrs- und Handelswege entscheidend für die wirtschaftliche Erholung waren. Ein weiterer wichtiger Aspekt der wirtschaftlichen Auswirkungen des Friedensschlusses war die Stabilisierung der Handelsbeziehungen. Der Krieg hatte den Handel erheblich beeinträchtigt, Handelswege waren unterbrochen und viele Händler und Kaufleute hatten große Verluste erlitten. Der Friedensschluss ermöglichte es, den Handel wieder aufzunehmen und die Handelsbeziehungen zwischen den verschiedenen Regionen Europas zu normalisieren. Dies war von entscheidender Bedeutung für die wirtschaftliche Stabilisierung, da der Handel eine wichtige Quelle des Wohlstands und der wirtschaftlichen Entwicklung darstellte. Durch den Frieden wurden die Voraussetzungen für einen erneuten Aufschwung des Handels und des wirtschaftlichen Austauschs geschaffen. Trotz dieser positiven Entwicklungen blieben die wirtschaftlichen Belastungen durch die Kriegsfolgen erheblich. Viele Länder und Regionen waren hoch verschuldet und die finanziellen Ressourcen waren durch die langen Kriegsjahre erschöpft. Die Notwendigkeit, Schulden zu begleichen und neue Einnahmequellen zu erschließen, stellte eine erhebliche Herausforderung dar. In vielen Fällen mussten Steuern erhöht werden, um die Kosten des Wiederaufbaus und der Schuldenrückzahlung zu decken. Dies führte zu sozialen Spannungen und Konflikten, da die Bevölkerung bereits durch den Krieg stark belastet war. Ein weiteres zentrales Element der wirtschaftlichen Auswirkungen des westfälischen Friedens war die Förderung des Handels. Der Frieden schuf die Voraussetzungen für eine Verbesserung der Handelswege und Zollregelungen, was den grenzüberschreitenden Handel erleichterte. In vielen Regionen wurden Handelsbarrieren abgebaut und die Zollsysteme reformiert, um den Handel zu fördern. Dies trug zur Belebung der Wirtschaft bei und ermöglichte es vielen Regionen, sich schneller von den Kriegsfolgen zu erholen. Der Ausbau des Handels förderte auch die wirtschaftliche Integration Europas und legte die Grundlage für die Entwicklung eines gemeinsamen Marktes. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Friedensschlusses waren jedoch nicht gleichmäßig über Europa verteilt. Während einige Regionen relativ schnell wieder auf die Beine kamen und wirtschaftlichen Aufschwung erlebten, blieben andere Regionen noch lange von den Kriegsfolgen gezeichnet. Insbesondere in den stark betroffenen Gebieten Deutschlands dauerte es Jahrzehnte, bis sich die Wirtschaft vollständig erholte. Die regionale Ungleichheit in der wirtschaftlichen Entwicklung war eine der langfristigen Folgen des Dreißigjährigen Krieges und des westfälischen Friedens. Langfristig führte der westfälische Frieden zu wichtigen strukturellen Veränderungen in der europäischen Wirtschaft. Die Anerkennung der Souveränität der Fürsten und die Dezentralisierung der Macht trugen dazu bei, die wirtschaftliche Autonomie der Regionen zu stärken. Dies förderte die Entwicklung regionaler Wirtschaftssysteme und die Diversifizierung der wirtschaftlichen Aktivitäten. In vielen Regionen wurden neue Wirtschaftssektoren und Industrien entwickelt, was zu einer breiteren wirtschaftlichen Basis und einer stärkeren wirtschaftlichen Dynamik führte. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des westfälischen Friedens waren auch in kultureller und sozialer Hinsicht spürbar. Der Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung schufen die Voraussetzungen für eine kulturelle Blütezeit, die als Barockzeit bekannt ist. In vielen Regionen erlebten Kunst, Wissenschaft und Kultur einen Aufschwung, der durch die wirtschaftliche Stabilisierung und den Wohlstand gefördert wurde. Die wirtschaftliche Erholung trug auch zur Verbesserung der Lebensbedingungen und zur sozialen Stabilität bei, was wiederum die kulturelle und soziale Entwicklung begünstigte. Die Bedeutung des westfälischen Friedens für das Völkerrecht ist immens und vielschichtig. Mit dem Abschluss des westfälischen Friedens im Jahr 1648 endete nicht nur der Dreißigjährige Krieg, sondern es wurde auch ein neuer Meilenstein in der Entwicklung des internationalen Rechts gesetzt. Dieser Friedensvertrag legte die Grundlagen für viele Prinzipien und Normen, die das moderne Völkerrecht prägen. Insbesondere die Prinzipien der Souveränität, der territorialen Integrität und der Gleichheit der Staaten wurden in diesem historischen Dokument verankert und haben bis heute Bestand. Ein zentraler Aspekt des westfälischen Friedens war die Anerkennung der staatlichen Souveränität. Vor dem Frieden von Westfalen war das Konzept der Souveränität nicht klar definiert. Herrscher und Staaten hatten häufig überlappende und konkurrierende Ansprüche auf Territorien und Autorität. Der westfälische Frieden änderte dies grundlegend, indem er die Souveränität der Fürsten im Heiligen Römischen Reich anerkannte und festschrieb. Dies bedeutete, dass jeder Fürst die höchste Autorität in seinem Territorium war und keine äußere Macht einschließlich des Kaisers ohne Zustimmung des Fürsten in dessen Angelegenheiten eingreifen konnte. Diese Anerkennung der Souveränität trug dazu bei, die politischen Beziehungen zu stabilisieren und die Grundlagen für ein System unabhängiger und gleichberechtigter Staaten zu schaffen. Die Prinzipien der territorialen Integrität und der Unverletzlichkeit der Grenzen wurden ebenfalls durch den westfälischen Frieden gestärkt. Die Verhandlungen führten zu einer detaillierten territorialen Neuordnung Europas, bei der die Grenzen der Staaten und Territorien klar definiert und respektiert wurden. Dies trug dazu bei, die territorialen Konflikte zu reduzieren und eine stabilere politische Ordnung zu schaffen. Die Idee, dass die Grenzen eines Staates respektiert und nicht willkürlich verändert werden sollten, ist ein grundlegendes Prinzip des modernen Völkerrechts und geht direkt auf die Regelungen des westfälischen Friedens zurück. Ein weiteres bedeutendes Element des westfälischen Friedens war die Gleichheit der Staaten. Der Vertrag anerkannte, dass alle Staaten unabhängig von ihrer Größe und Macht gleichberechtigte Mitglieder der internationalen Gemeinschaft sind. Dies war ein revolutionäres Konzept in einer Zeit, in der Macht und Einfluss oft über die Rechte kleinerer Staaten hinweg entschieden. Die Gleichheit der Staaten schuf die Grundlage für ein internationales System, in dem diplomatische Verhandlungen und Verträge die bevorzugten Mittel zur Beilegung von Konflikten wurden. Dieses Prinzip ist bis heute ein Eckpfeiler des Völkerrechts und spiegelt sich in der Charta der Vereinten Nationen wieder. Der westfälische Frieden war auch wegweisend in der Entwicklung internationaler Normen und Regelungen. Durch die Verhandlungen und die daraus resultierenden Verträge wurden viele präzedenzfallartige Regelungen getroffen, die als Vorbilder für spätere internationale Abkommen dienten. Zum Beispiel wurden die Rechte religiöser Minderheiten anerkannt und geschützt, was zur Entwicklung von Normen zur Wahrung der Menschenrechte beitrug. Die Verhandlungen selbst setzten neue Standards für die diplomatische Praxis, indem sie multinationale Verhandlungen und die Einbeziehung verschiedener Interessen und Perspektiven förderten. Ein weiterer wichtiger Aspekt des westfälischen Friedens war die Institutionalisierung der Diplomatie. Vor dem Frieden von Westfalen waren diplomatische Beziehungen oft ad hoc und unstrukturiert. Der westfälische Frieden förderte die Entwicklung dauerhafter diplomatischer Vertretungen und regelmäßiger Verhandlungen zwischen den Staaten. Dies legte die Grundlage für die moderne Praxis der Diplomatie, bei der ständige Botschaften und diplomatische Missionen die Regel sind. Die Schaffung eines institutionalisierten Rahmens für diplomatische Interaktionen trug wesentlich zur Stabilität und Vorhersehbarkeit der internationalen Beziehungen bei. Die Auswirkungen des westfälischen Friedens auf das Völkerrecht sind auch in seiner Funktion als Modell für die Konfliktlösung zu sehen. Der Frieden zeigte, dass selbst tief verwurzelte und komplexe Konflikte durch Verhandlungen und Kompromisse gelöst werden können. Dies setzte einen wichtigen Präzedenzfall für die friedliche Beilegung von Konflikten und die Bedeutung des Dialogs in der internationalen Politik. Viele der Prinzipien und Methoden, die während der westfälischen Verhandlungen entwickelt wurden, sind in späteren internationalen Friedensverhandlungen und Konfliktlösungen wiederzufinden. Die Prinzipien und Normen, die im westfälischen Frieden verankert wurden, haben auch die Entwicklung des modernen internationalen Systems beeinflusst. Das Konzept der nationalen Souveränität und die Idee, dass Staaten die höchste Autorität innerhalb ihrer eigenen Grenzen haben, sind zentrale Elemente des modernen internationalen Systems. Diese Prinzipien wurden weiterentwickelt und in zahlreichen internationalen Abkommen und Organisationen institutionalisiert, darunter die Vereinten Nationen und die Europäische Union. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen, kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME bei deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.